Jo YouTube was geht ab? Nächster Vlog. Heute haben wir mal einen anderen Herren-Tag. Also heute ist Herren-Tag. Wenn ihr das Video sieht, ist es wahrscheinlich acht Monate später. Aber heute ist ein anderer Herren-Tag. Wir haben heute ein paar Aufträge zu erledigen. Wir sind heute zum ersten in Pandino Bolz Arena. Das ist für die Leute, die es nicht kennen, in Rostock so ein Spielepark für Kinder. Und für große Kinder, die können hier Fußball spielen. Also das hat ein ein Kunde von uns, hat dieses Gebäude und Co gekauft. Und für den sind wir heute hier und machen ein paar Aufnahmen. Wir nehmen euch mal mit den ganzen Tag über. Wir müssen nachher nach 10 Stars, Prero. Also wir sind heute überall unterwegs. Wir nehmen euch nachher mit dann. Und wie gesagt, wir sehen uns da. Tschau, Miao. protein, wie gesagt, das drin ist. Oder was es sich über. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Alexander Brücker, ich spiele in der U16 vom FC Hansa Rostock und komme täglich bis wöchentlich hierher in die Bolz Arena, um mit der Karo zu trainieren. Ich kenne Karo aus der Vergangenheit, noch von Hansa, hatte ich auch mit ihm zusammen Training. Und ich komme heute einfach gerne nochmal hierher, um mich nochmal weiter von ihm fördern zu lassen, weil er einer, wenn nicht sogar der beste Tor-Trainer ist, mit dem ich jemals trainiert habe. So, wir sind angekommen in Born. Jetzt eben gerade wart ihr ja kurz mit uns in der Bolz Akademie, da haben wir ja den ersten Auftrag gehabt. Wir haben ein paar Videos gesehen. Jetzt sind wir bei einem Kunden von uns, jetzt müssen wir ein paar Immobilien fotografieren in Born. Das ist schön an der Küste, also ist wirklich traumhaft schön hier. Kann ich jedem nur empfehlen. Wir nehmen euch jetzt erstmal ein bisschen mit und wir sehen uns. So, wir sind jetzt in der nächsten Immobilie angekommen. Das sind jetzt zwei Immobilien gewesen. Jetzt sind wir gerade in einer Immobilie, die hat vier Wohneinheiten. Da machen wir gerade Fotos von. Ihr könnt immer ein bisschen was sehen hier. Das ist auch alles, wie gesagt, alles neu, alles schick. Und wenn ihr mal richtig gut Urlaub machen wollt, müsst ihr auf jeden Fall Zing Stars Born so die Richtung und würde sich auf jeden Fall anbieten, Leute. Ja, wir machen auf jeden Fall ein paar weitere Fotos, ein paar weitere Videos. Auf jeden Fall auch mega, mega Wetter einfach draußen. Macht richtig Spaß heute was zu machen. Und man muss ja zum Herntag nicht immer was trinken. Da kann man ja auch mal entspannt arbeiten. Man kennt ihn. Ja, wie geht es weiter? Jetzt müssen wir weit in oben noch die Wohneinheiten filmen, fotografieren und alles. Wir haben vorhin schon ein bisschen was mit der Drohne gemacht von oben und Co. Jetzt geht es nur noch nach oben eigentlich und dann sind wir soweit fertig mit den Immobilien. Dann müssen wir noch zu einem anderen Spot. Das ist ein anderer Termin noch quasi, aber nehmen wir euch nachher mit. Wie gesagt, der Tag wird ellenlang. Wir haben einiges gehabt heute und ich hoffe, ihr freut euch. Wir sehen uns. So, da bin ich wieder. Ja, YouTube. Was natürlich ganz wichtig ist, ist mir gerade eingefallen, die Pause. Pausen sind wichtig, Leute. Müsst ihr einhalten. Ich bin, glaube ich, auch der Erfinder von Pause. Jo, YouTube. Was geht ab? Übrigens, ihr wundert euch, warum ich einen Rucksack aufhabe. Ich habe gerade Schule gehabt und habe jetzt Unterrichtsschluss nach der zweiten. Okay. Nein, natürlich nicht Spaß beiseite. Ja, ich habe vergessen, einen Abspann zu drehen letztes Mal. Es ist jetzt schon ein paar Tage her. Wir waren schön Prerozing Stars und ein schönes Restaurant, kann ich euch vorstellen. Auch Joho-Boiler. Aber als Wiedergutmachung gibt es jetzt ein paar nice Drohnenshots. Leute, schau miau. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.